Damit komme ich zum zweiten ex-equo prämierten Projekt von Pool-Architekten mit Markus Schiffer, die Landschaftsarchitekten. Dieses Projekt überraschte auf den ersten Blick und wirkte recht mutig, erwies sich bei genauerem Hinsehen aber als sehr feinfühlig und stringent begründet. Aus einer grenzenüberschreitenden stadtregionalen Analyse wird der Ort als der Teil des Landschaftsparks verstanden, der durch die umgebenden Bahndämme in Tropfenform ausgespart wird. Diese Tropfenform ist durch ostwestorientierte Raumschichten strukturiert, die durch vier unterschiedliche Freiraum- und Bebauungstypologien charakterisiert werden können. Erstens die privaten Gärten der Siedlung Vierlinden, zweitens die kollektiven Wohngärten in den Wohnhöfen südlich der Nonnenholzstraße, drittens der dann anschließende Gemeinschaftspark mit solitären Großformen und viertens der südlich anschließende waldbestandene Landschaftspark. Auf die feingliedrige Struktur der Siedlung Vierlinden folgen also zwei baulich unterschiedlich bestimmte gemeinschaftliche Freiraumstrukturen, die dann übergehen in den grenzenüberschreitenden Freiraum, welcher den für Grenzlagen typischen offenen Landschaftsbezug aufweist. Durch die hochstrebenden Strukturen der Großformen wird der übergeordnete territoriale Bezug des Planungsgebietes gleichzeitig versinnbildlicht und physisch erlebbar. Die Herleitung dieser abgestuften Großformen nimmt Bezug auf bekannte und erfolgreiche Beispiele auch des sozialen Wohnungsbaus und sucht im Innern der unteren Geschosse Platz zu schaffen für Parkierung und Wohnnebenräume, die wegen des hohen Grundwasserspiegels nicht in Kellern platziert werden können. Die Großformen sollen als gemeinschaftliches Wohnen von gemeinnützigen Bauträgern realisiert werden. Der die solitäre umfließende Gemeinschaftspark ist als ein publikumsorientierter Park gedacht, der allen Bewohnern Otterbachs und der Region zur Verfügung steht und auf diese Art und Weise auch zum Teil des Landschaftsparks Wiese wird. In den breiteren Bereichen schafft der Wechsel der Wohnhöfe zwischen öffentlichen Raum, Erschließungsraum mit Vorgärten und den halböffentlichen kollektiv genutzten Gartenhöfen eine weitere sehr attraktive charakteristische Wohnadresse in Otterbach. Gewürdigt wurde dieses starke städtebaulich-freiräumliche Gesamtbild im Bewusstsein, dass bei der weiteren Konkretisierung eine Reihe von offenen Fragen zu klären sind. Wie zum Beispiel des Übergangs von Otterbach Nord zu Otterbach Süd entlang der Nonnenholzstraße und damit auch des Umgangs mit den Bestandswäldchen oder des Übergangs von den Wohnhöfen zum Gemeinschaftspark. Aber in der Art und Weise, wie das Projekt seine Identität aus der Besonderheit des Ortes zu begründen sucht, liegt die Chance einer ganz eigenen stadtregional ausstrahlenden Adressbildung. Untertitelung des ZDF, 2020